Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir sind heute in Israel und haben diese Sendung aufgezeichnet. Immer wieder ist es ein besonderes Erlebnis in Israel zu sein, wo man die Atmosphäre und die Gegenwart Gottes verspürt. Jesus ist gerade auch jetzt hier bei dir und kennt deine Sorgen und deine Nöte. Ja, und wir wollen Hoffnung machen. Hoffnung um 12. Heute für dich. Gott steht über religiöse Regeln. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Gott steht über religiöse Regeln. Und am Ende unserer Israelreise sind wir immer in Jaffo. Und Jaffo ist sozusagen die Startrampe, wo das Evangelium in die Welt hinausgegangen ist. Und da war der Petrus, der die jüdischen Regeln eingehalten hat. Und auf einmal kommt Gott und zeigt ihm in einer Vision, dass er Dinge essen darf, die nach dem jüdischen Glauben unmöglich sind. Und schickt ihn in die Welt hinaus. Und Regeln wurden in der ganzen religiösen Geschichte, in der Vergangenheit immer von einer Situation geschaffen. Wie zum Beispiel das koscher Essen, das im jüdischen Glauben gelebt wird. Das hat auch etwas mit der Hitze zu tun, was im Land dort ist. Also es hat immer irgendwie eine Reaktion gegeben zu einer Situation Regeln. Und manche machen die Regeln eigentlich zur Bibel und wollen die Regeln erfüllen. Aber Gott sagt, wir sollen unser Herz ihm geben. Und er sagt auch, ich mache jeden Tag alles neu. Das heißt, er macht für uns das, was wir heute brauchen. Und so viele Regeln sind eigentlich überholt, weil sie irgendwann für eine Situation waren. Und sie wurden religiös gemacht. Und viele meinen, wenn sie alle religiösen Regeln einhalten, dann sind sie richtig gut. Aber Jesus möchte eine Herzenbeziehung zu uns. Jesus sieht den Menschen und nicht die religiösen Regeln. Ich spreche ja jetzt nicht von der Bibel, sondern von den religiösen Regeln. Und ich sage dir auch, Jesus sieht dich. Nicht die Regeln, nicht wie viel Mal du in die Kirche gehst, wie viel Mal du betest und wie viel Mal du dies und jenes tust, sondern er sieht dich und er liebt dich. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir, Herr, nicht unsere Augen auf Regeln richten sollen, sondern wirklich unsere Augen und unser Herz, Herr, dir ganz nahe sein sollen. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du uns liebst und uns angenommen hast. Und, Herr, jeder, der sagt, ich bin noch nicht so nah bei Jesus, dass deine Arme offen sind. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist ein Gott, der hilft. Und deshalb möchten wir beten. Und viele Gebetsanliegen sind eingegangen. Und eine junge Frau schreibt uns ihre Ängste und bittet um Gebet. Liebes Gebetsteam, ich bin 24 Jahre alt. Und vor drei Jahren erhielt ich die schreckliche Diagnose Multiple Sklerose. Momentan geht es mir damit körperlich und seelisch nicht gut. Und ich habe große Angst vor meiner gesundheitlichen Zukunft. Mein Körper leidet mittlerweile unter dem Medikament. Die Angst, im Rollstuhl zu landen und dass diese Krankheit mich voll einnehmen kann, ist riesengroß und fesselt mich regelrecht. Ich bitte euch von Herzen für mich um Heilung dieser schrecklichen Krankheit und allem, was sie mit sich zieht, zu beten und dass endlich ein großes Wunder geschieht und ich die Heilung empfangen kann und alle Zweifel und Ängste loswerde. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Und Jesus, du kennst diese junge Frau, die so kämpft mit dieser Krankheit und mit dieser Diagnose, mit ihren Ängsten und Befürchtungen. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihr ganz nahe bist, dass diese Krankheit Multiple Sklerose besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Du hast sie auch mit ins Kreuz genommen und du bist größer und mächtiger als diese Krankheit und als jegliche andere Krankheit auch. Und wir danken dir einfach, dass diese junge Frau erfahren darf, dass du ein Gott bist, der heilt, ein Gott bist, der Wunder tut. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass ihre Ängste verschwinden und dass sie erkennen darf, dass du ein Gott bist, der hilft. Danke, Jesus. Danke für vollkommene Heilung, dass du ihren Körper durchströmst mit deiner Heilungskraft und jede Zelle ihres Leibes wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und auch all die anderen Menschen, die MS haben. Danke, Jesus, dass du sie berührst, gerade jetzt in diesem Augenblick und dass du deine Hand auf sie legst und dass jede Zelle ihres Leibes geheilt ist und wiederhergestellt ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Zwei Menschen schreiben wegen finanziellen Problemen und bieten um Gebetsunterstützung. Und die andere Person schreibt, bitte betet für meine finanzielle Versorgung. Ich stehe sehr unter Druck. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Menschen kennst, die finanzielle Probleme haben, die unter Druck stehen, die wegen diesen Preiserhöhungen in Schwierigkeiten kommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen die Hoffnung ins Herz gibst. Die Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt bei dir. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch finanzielle Hilfe hat für uns, der wirklich unser Versorger ist und uns nicht im Stich lässt. Und ich danke dir, Jesus, dass du da wirklich jedem hilfst, der in Not ist. Und auch dieser Frau, die geschrieben hat, wegen einer neuen Arbeitsstelle, dass du sie versorgst mit einer gut bezahlten Arbeitsstelle. Danke, Jesus. Du bist der Herr, der weiß, der jedes Herz kennt und der um jeden Kummer und jede Not weiß. Danke, Jesus. Amen. Amen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine Frau schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Ich habe mich vor geraumer Zeit an sie gewandt, weil ich die vermutliche Diagnose Parkinson erhalten habe. Nun ist es sicher, dass ich an Parkinson erkrankt bin. Das ist sehr schmerzlich für mich, da mein Seelenleben auch angeknackst ist. Darum bitte ich heute um Gebet für mich. Danke und hoffnungsvolle Grüße. Ja, Gott kann auch Parkinson heilen. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, danke, Vater im Himmel. Wir bitten in Jesu Namen um Berührung, um Heilung dieser Parkinson-Krankheit. Ich danke dir dafür, Herr, dass es bei dir möglich ist. Und ich danke dir dafür, Herr, dass sich nichts weiter ausbreitet, dass keine folgenden Symptome auftauchen. Herr, wir dürfen es bitten, Vater im Himmel, in Jesu Namen sei dieser Person ganz, ganz nah. Und dass sie wieder aufgemundert wird, dass sie Perspektive hat in Jesu Namen. Amen. Amen. Ein Mann schreibt uns ein Gebetsanliegen für seinen Schwager wegen eines Tumors. Liebes Team vom Missionswerk, ich bitte euch, für meinen Schwager zu beten. Bei ihm wurde ein Tumor im unteren Rückenbereich diagnostiziert. Dieser Tumor ist wahrscheinlich schon mehrere Jahre vorhanden und breitet sich weiter aus. Er befindet sich jetzt bei einer Spezialbehandlung, bei der der Tumor bestrahlt wird. Ich bitte euch, für ihn zu beten, dass Jesus auch bei ihm eine Heilung geschehen lässt. Vielen Dank und beste Grüße. Ja, danke, Herr Jesus, dass du auch für diesen Mann ans Kreuz gegangen bist. Herr, für Rettung, aber auch für Heilung. Ich danke dir, Herr, dass wir in deinem Namen Jesu gebieten dürfen, diesen Tumor, dass er weicht, dass er verschwindet, austrocknet und wie auch immer verschwindet in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Herr, dass du der Heiler bist und danke, Herr, dass du die Hoffnung bist, dass du die Liebe bist. Und Herr, begegne diesem Menschen, Herr, mit deiner grenzenlosen Liebe. Danke, Herr. Amen. Und folgende Zeugnisse sind bei uns eingegangen. Und was Gott bei diesen Menschen getan hat, das kann er auch bei dir tun. Und Gott wendet alles zum Guten für uns. Eine Frau berichtet. Anfang der Corona-Pandemie habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. Im September letzten Jahres rief eine Firma, die bei mir im Ort ist, an. Seit Oktober darf ich dort mitarbeiten. Ich fühle mich sehr wohl und bin mega glücklich. Einen besseren Arbeitsplatz kann ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank. Gott führt uns auf den Weg und wir dürfen ihm vertrauen. Wie wunderbar. Und große Veränderungen im Leben dieses Mannes, er schreibt uns. In der Gebetsnacht an Karfreitag 2022 wandte ich mich an euch mit der Bitte um Gebet wegen meiner Rücken- und Knieschmerzen. Ich hatte Selbstmordgedanken. Ich hatte Selbstmordgedanken. Der Damm ist gebrochen. Ich habe erkannt, dass ich um mich Mauern errichtet hatte. Alle Mauern sind gebrochen. Ich habe Heilung erlebt. Gestern war ich auf einer Wanderung. Ich habe keine Schmerzen mehr. Danke und Halleluja. Panik durchbrochen. Ein Schritt nach vorne. Eine Frau berichtet. Nachdem ich in meiner Not und Panik nicht mehr ein und aus wusste, hatte ich euch geschrieben. Ich brachte den Brief zum Briefkasten und danach war die Panik durchbrochen. Und ich fing wieder an, wieder handlungsfähig zu werden. Von Gott bekam ich kleine Zeichen der Bestätigung meines Handelns. Psalm 4, Vers 4 ist mein Halt. Ich erkenne, dass der Herr mich wunderbar führt. Auch ein kurzer Krankenhausaufenthalt zur Überprüfung meiner Gallenblase stärkte mich. Ich bin wieder auferbaut. Dank sei dem Herrn und auch euch. Und danke für deinen Brief. Und auf der Israelreise erlebt. Eine Frau berichtet folgendes und bedankt sich. 2016 war meine zweite Israelreise. Ich erlebte Heilung meiner Augen. Mein Sohn wurde von Krebs geheilt. Ich erlebte die Versöhnung meiner Familie nach zehn Jahren und vieles mehr. Ich schätze die sofortige Gebetsunterstützung im Team, die großartige Leitung der Israelreisen, die Rückantworten, Trost und das Magazin. Ebenso die Geburtstagsgemälde mit geisterfülltem Brief. Herzlichen Dank und Gottes reichsten Segen. Ja, wie wunderbar ist, wenn Gott eingreift und das Leben wird verändert. Hast auch du Veränderungen erlebt oder was Besonderes erlebt? Muss nicht immer Heilung sein, sondern irgendwie was anderes, was du erlebt hast, weil wir im Gebet dich unterstützt haben. Schreib uns. Wir würden es gerne, gerne hier vorlesen. Ja, der Tipp für heute, überleg mal, wo du Gott dienst mit religiösen Regeln, wo du einfach Regeln einhältst und meinst, da Gott zu dienen. Und ich sage dir, mach es mit deinem Herzen. Und nicht, weil Regeln nicht ein Muss, sondern mit deinem Herzen. Und du bist damit viel näher in Gottes Nähe. Wenn du Gebetsunterstützung brauchst, darfst du dich gerne an uns wenden. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und wir sind ja auf der Rückreise von Israel. Wenn du sehen möchtest, was wir so erlebt haben, schau in das Tagebuch rein über unsere Webseite. Da kannst du alles verfolgen, was wir erlebt haben. Und morgen geht es dann wieder zurück. Und dann sind wir wieder am Sonntag zu Hause. Und wir wünschen dir alles Gute und eine gesegnete Zeit. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.